Hältst du deine BTC, obwohl du weißt, dass der Bullrun wieder endet und ein neuer Zyklus beginnt? Bei BTC mache ich es so, ja, Altcoins werde ich alle verkaufen, aber beim Bitcoin mache ich das nicht. Das ist halt der entscheidende Unterschied, weil ich einfach nicht zu viele davon habe. Wer jetzt natürlich 1000 Bitcoins in der Wallet hat, der kann problemlos sagen, auch bei 100.000 verkaufe ich mal 100 Stück. Wenn es tiefer geht, kaufe ich nach, wenn nicht, dann ist es so, habe ich ja immer noch 900 in der Tasche. Aber wenn wir so wie uns in dem Bereich sind, gerade so One-Bitcoin-Club oder vielleicht zwei, drei Bitcoins oder natürlich nur 0,1 Bitcoin oder sowas in der Wallet, dann ist es mir einfach zu schade, das herzugeben, nur um darauf zu spekulieren, dass da von 70.000 vielleicht auf 50.000 oder so fällt. Weil, also ich denke mit den ETFs und den Bigplayern im Hintergrund, dass wir so, außer es geht natürlich wirklich auf den dritten Weltkrieg oder so, dann haben wir natürlich aber generell ganz andere Probleme, als wo steht gerade unser Bitcoin-Preis. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass wir nochmal prozentual so einen Absturz sehen, wie wir das jetzt mal im FTX-Crash hatten. Also, dass ein Bitcoin wirklich von 70.000 auf 15.000 zurückfällt oder dass, wenn er wirklich 100.000 erreicht, auf 30.000 zurückfällt oder so. Und dementsprechend, ich spekuliere nicht darauf, da meine Bitcoin herzugeben. Denn das ist ja genau das, was BlackRock möchte. Die möchten, oder auch Regierungen dann, sei es USA, sei es China, es wird einen Penis fechten zwischen Regierungen und den größten Vermögensverwaltern, wer sich alle Bitcoin aneignet. Und das ist ja genau deren Problem. Die können Bitcoin aktuell nicht kontrollieren. Das können sie nicht. Deswegen, diesen Vorteil haben wir gerade noch. Aber wenn ihr alle eure Bitcoins weggebt, ja, völlig egal, auch wenn der Preis dann irgendwo bei 180.000 oder so ist oder gar beinahe Millionen und das super attraktiv wäre, hier jetzt mal den Bitcoin zu verkaufen, für meinen persönlichen Steuerreport und Portfolio-Tracking nutze ich Cointracking. Spare 10% auf das Abo mit dem Link in der Videobeschreibung. Klar, wenn man, wie gesagt, 10, 20 Bitcoins oder 100 oder 1000 Bitcoins in der Tasche hat, kann man das immer gut machen, weil du hast immer noch ordentlich was. Aber ich werde nicht meine letzten Bitcoin, die ich irgendwie habe, hergeben, um auf spätere oder tiefere Kurse zu spekulieren, weil am Ende bin ich wieder der Larry, der 10 Jahre später dann bei 600.000 wieder einkaufen muss, weil ich gar nichts mehr habe. So, also das mache ich in dem Fall bei Bitcoin tatsächlich nicht. Und das ist ja deren Ziel. Sie können es aktuell nicht kontrollieren und das ist das, was sie wollen. Das ist ja das, was denen auf den Sack geht. Die Regierung haben zum ersten Mal stoßen, stößt die Regierung und die größten Weltmächte auf etwas, das sie nicht kontrollieren können. Wo wir die freie Wahl haben, wo wir die sind, die zurückscheißen und denen auf den Kopf scheißen und sagen, wir machen euren Fiat Quatsch hier nicht mehr mit, wir haben Bitcoin. Natürlich wollen, und das wollen sie sich unter den Nagel reißen und das machen sie, indem sie sich eure Bitcoin aneignen. Deswegen, die würde ich einfach nicht hergeben, insbesondere wenn man wenig davon hat.